Unser erster Akteur, unser Fassi. Als einer verkehrtesten Partygäste des Abends hat er Schüsse gezeigt, wie man feiern tut. Als einer der am hübschesten gekleideten Akteuren heute Nacht, haut euch der Hubi den Abend versüßt. Endlich wieder mit mehr weiblicher Unterstützung dieses Jahres sind wir sehr froh, die Lini zu begrüßen. Hier für Sie einer der sommerlichen Überflieger, unser Snape. Maria! 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 Einen großen Applaus auch für die wahre Snape-Legende, unseren Füsi als John Bojobi. Der Mann, der gerne unerkannt bleibt, aber dennoch bei fast jeder Playmatch schon dabei war, unser Philipp. Als Cheerleaderin bereits ein zweites Jahr heuer, unser Günther. Und weiter geht's mit einer traumhaften Cheerleaderin, auch schon sein zweites Jahr in unserem Team, unser Thomas. Als weinliebende Wirzersgäste, einen großen Applaus für unseren Franz und Caro. Der nächste Schülerin und hübscher im weiblichen Sport-Outfit hat uns heute präsentiert, das erste Mal dabei bei uns. Und das finden wir großartig, unser Luca. Unser nächster Akteur bei Umbrella war dabei, unser Pauli. Pauli! Jungs, meine Damen und Herren, auch einen großen Applaus für zwei Personen, die richtig gerne heuer dabei gewesen waren, während Juga. destotrotz angerufen und wieder aus verschiedenen Gründen nicht geschafft hat. Unser Bubekanzin. Eine weitere Person, welche unsere Männerrunde Gott sei Dank ein wenig aufsprengt als Rihanna und auch für den Hexen und Doktoren dabei. Einen großen Applaus für unsere Choreografin und die Person, die die Männer im Griff hat, unsere Dame. Die nächste Sauce gibt es ein bisschen unmittelbar. Den Abschluss bildet heute für euch als Hexen-Doktor besoffener Party-Tiger als sexy Britney Spears, der Plemek-Show, unsere Legende, der Flu. Und nicht zu vergessen, der Mann, der für unsere musikalische Unterhaltung gesorgt hat, unser Dietzi. Ja, und zum Schluss der Person ein großes Dankeschön, die jedes Jahr bei der Plemek-Show dabei ist, aber sie selber seit Jahren nicht rei und wieder erlebt hat, weil sie hinter der Bühne immer für uns dabei ist. Ohne die Jürgen würde es alles noch gern, mit den Kostümen und mit den Bühnen. Einen Riesenapplaus für unsere Maske, die Sissi. Einen Riesenapplaus für unsere Maske, die Sissi. Und das Anwälzige Dankeschön sagen wir zu euch, liebe Frauen und Herren, dass ihr da seid, mit uns freiheit. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns und wünschen Ihnen noch einen wunderschönen Abend hier in der Plemek-Show. Stopp. Die Sissi. Die Sissi. Vielen Dank.